Die Stadt Ulm ist vor allem für ihr Wahrzeichen bekannt, das Ulmer Münster. Doch auch abseits des weltweit höchsten Kirchturms hat Ulm einiges zu bieten. Ein kleiner Rundgang bietet dabei die ideale Gelegenheit, die Donaustadt besser kennenzulernen. Hier beginnen unsere Tour nicht unweit des Münsters, am Alten Rathaus. Dieser Prachtbau wurde bereits im 14. Jahrhundert errichtet. Neben der bunten Fassadenbemalung ist die astronomische Uhr ein wahres Highlight. Mit ihren fünf beweglichen Elementen gilt sie seit ihrer Anbringung 1520 als die komplexeste in ganz Süddeutschland. Bewegt man sich vom Rathaus in Richtung Donau, so ist der Metzgerturm nur schwer zu übersehen. Über 36 Meter ragt dieser Backsteinturm in die Höhe. Er wurde 1340 als Teil der Stadtbefestigung erbaut. Das Alter merkt man dem Metzgerturm vor allem an seiner beträchtlichen Neigung von 3,3 Grad an. Direkt hinter dem Turm führen uns Treppen auf die historische Stadtmauer. Heute bietet sie mit einer Länge von circa einem Kilometer einen idealen Pfad, um die Stadt zu erkunden. Neben urigen Gärten und Fachwerkshäusern überblickt sie dabei die Donauwiese. Die lädt bei gutem Wetter zum Verweilen ein und ist einer der Haupttreffpunkte der jungen Ulmer. Weg vom Trubel der Donauwiese folgen wir der Stadtmauer westlich bis ins Fischerviertel. Mit seinen wunderbar erhaltenen Häusern, Gassen und Brücken ist das von der Blau durchzogene Quartier eine der schönsten Ecken Ulms. Namensgebend haben hier bis zum 19. Jahrhundert vor allem Gerber, Schiffsleute und Fischer gehaust und gearbeitet. Heutzutage finden sich hier zahlreiche lauschige Restaurants und Bars direkt an der Blau. Hier kann man den Stadtrundgang bei einem kühlen Getränk ausklingen lassen. Cheers!